Nun möchte ich die Literatur und die Notizen, die ich in Zotero angesammelt habe, in ein Textbearbeitungsprogramm exportieren. Dies mache ich am Beispiel von Word. Da ich Zotero installiert habe, wird mir in Word der Reiter Zotero angeboten. Wenn ich diesen auswähle, werden mir verschiedene Funktionen angezeigt. An dieser Stelle im Text möchte ich zum Beispiel Literatur indirekt zitieren. Dies kann ich machen mit der Funktion AddEditCitation. Beim ersten Öffnen werde ich gefragt, welchen Zitierstil ich verwenden möchte. Als Beispiel wähle ich die American Psychological Association. Außerdem kann ich hier sagen, welche Sprache ich gerne verwenden möchte. Ok. Sobald ich dies ausgewählt habe, taucht eine Suchleiste auf, wo ich nach dem Titel suchen kann, den ich zitieren möchte. Nach dem Auswählen des Titels kann ich da noch reinklicken und eine Seitenzahl hinzufügen. Durch Enter wird der Kurznachweis in den Text eingefügt. Falls ich im Nachhinein noch etwas korrigieren möchte, wie zum Beispiel die Seitenzahl, kann ich einfach reinklicken in den Kurzverweis und erneut AddEditCitation auswählen. Und schon kann ich diesen noch einmal bearbeiten. als nächstes möchte ich ein direktes Zitat in Word einfügen. Hierfür wähle ich die Funktion InsertNote. Falls die Notiz, die ich suche, nicht dabei ist, kann ich auch nach einem Wort aus der Notiz suchen. Dann wähle ich die korrekte Notiz aus und der gesamte Text wird aus der PDF übernommen, zusammen mit einem Verweis und der Seitenzahl. Zum Schluss muss ich bei jeder wissenschaftlichen Arbeit natürlich ein Literaturverzeichnis anlegen, in dem ich alle Literatur angebe, die ich bisher im Text zitiert habe. Hierfür benutze ich einfach die Funktion AddEditBibliography. Zotero erkennt, welche Literatur ich bisher verwendet habe und fügt diese ein. Falls ich da noch weiter arbeite und einen weiteren Verweis hinzufüge, wird das Literaturverzeichnis automatisch aktualisiert und der neue Titel hinzugefügt. Jederzeit während der Arbeit kann ich den Zitierstil auch noch einmal ändern. Dies mache ich einfach unter Document Preferences. Wenn ich einen neuen Zitierstil auswähle, werden automatisch alle Titel, die ich bisher eingefügt habe, angepasst nach dem neuen Zitierstil. Jetzt geben wir den Zitierstil. Jetzt geben wir den Zitierstil. Dann gehen wir den Zitierstil. Vielen Dank.